39. Landesfeuerwehrjugendleistungsbewerb, 19. des Landesfeuerwehrjugendlager und 40 Jahre Salzburger Feuerwehrjugend. Diese drei Ereignisse begingen die Feuerwehrjugendgruppen des Landes Salzburg mit Gästegruppen aus Niederösterreich, Oberösterreich, Kärnten und Südtirol. Die Buben und Mädchen wurden durch die Betreuerinnen und Betreuerinnen jetzt monatelang darauf vorbereitet und sie sind mit Riesenengagement, mit Riesenfreude dabei. Wie gesagt, das ist quasi der Beginn der Veranstaltung. Das Ganze ist eingebettet in ein Landesfeuerwehrjugendlager. Das heißt, von heute bis inklusive Sonntag sind die Kids hier im Mauterndorf auf einer Wiese mit Zelte. Es sind fast 1100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sprich Buben und Mädchen und die Betreuerinnen und Betreuer. Und da geht es um Spaß, Spannung, Spiel, Kameradschaft, aber wie gesagt auch kennenlernen vom Lungau. Das in Mauterndorf stattfindende große Ereignis des jungen Feuerwehrnachwuchses stand am Ende einer monatelangen ehrenamtlichen Vorbereitungszeit für alle Verantwortlichen und Teilnehmenden. Die haben heuer eine Rekordanzahl an Teilnehmern mit 1100 Teilnehmern beim Bewerb und 125 Durchgängen. Das ist einmalig und ist natürlich gewaltig, wenn man sieht, mit wovon Eifer, mit wovon Ehrgeiz unsere Kinder dabei sind. Ja, gewaltige Sache. Highlight war für viele Gruppen und die angereisten Fans der Junior Champion Cup, für den sich die zwölf Besten qualifiziert haben. Ja, natürlich haben wir jede Woche mehrmals trainiert da und ich gebe mir da ein gutes Gefühl, jetzt bewerbst man. Also, bei dem Lauf im Brase habe ich ein ungutes Gefühl gehabt, weil wir eben so lange gebraucht haben, aber da habe ich jetzt ein gutes Gefühl gehabt. Wie ist das, als Mädel mitten unter den Jungs einen Bewerb zu starten? Ja, es ist eigentlich relativ cool, weil man heute das einzige Dirndl ist, aber man muss halt dann auch zeigen, dass man was kann, wenn man das einzige Dirndl ist. An die tausend Teilnehmer waren beim Landesjugendlager in Mauterndorf dabei und ließen die Kameradschaft, Freundschaft und den Spaß hochleben. Mit 180 Starts wurde ein neuer Teilnehmerrekord erreicht. Wie geht es der Betreuerin? Ja, ich glaube, ich bin teilweise nervöser gewesen schon in den letzten Wochen, als die Kinder selber. Und da sind natürlich viele Damen und Herren Einrichtungen und Institutionen notwendig, dass das funktioniert und allen einen aufrichtigen Dank ist eine super Veranstaltung hier im Mauterndorf bestens vorbereitet und die Kids werden sicher in Summe eine Riesenvergabe haben. Der Sieg ging in diesem Jahr an die Feuerwehrjugend aus Lambrechtshausen, der gleichzeitig auch die Qualifikation für den Bundesbewerb 2018 in Wien ist. Habt ihr denn das erwartet? Ja, der erwartet, würde ich nicht sagen, aber wir haben schon gehofft, dass wir es schaffen. Also wenn Sie so einstimmig sagen, ja, habt ihr so fest trainiert? Ja, eigentlich schon. Jede Woche zweimal mindestens. 89 aufgeschlagene Zelte ergaben ein imposantes Bild. Sie lernen einfach Zusammengehaltigkeit und ein bisschen Ordnung kennen. Sie konnten sich austoben und das passt da relativ gut. Im Grunde waren alle Sieger und sie dürfen nach den erbrachten Leistungen auch mal müde sein.